Ahoi, liebe Kombüsenfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtkämpfer. Es ist mal wieder soweit, wir wollen ein bisschen was kochen. Stimmt gar nicht. Er will was kochen. Und das nur bei guten 36 Grad. Ja, es ist etwas warm, aber ist vielleicht auch nicht das passendste Gericht für den Sommer. Nicht so leicht, aber lecker. Aber das stört uns nicht, wir machen es trotzdem. Was gibt es? Einen Hackboraten. Genau. Mit Kartoffeln, also aus Becken, Bacon, genau, mit Kartoffeln und Mischgemüse, einfach. Nicht aus Bacon, Bacon und Mandel, das ist das Besondere. Ja, das meine ich auch. Und wann geht es los? Nach dem Intro. Kurz und knapp zu den Zutaten. Ich glaube, zu den Kartoffeln braucht man nicht viel sagen. Kartoffeln braucht er logischerweise und wenn er Mischgemüse haben wollt, dann braucht er Mischgemüse oder halt ein anderes Gemüse, wie auch immer. Was brauchen wir beim Hackbraten? Wir machen das Ganze im Omnia und da haben wir die Menge, ich glaube ein Kilo ist das. Ich glaube ein ganz bisschen mehr, eine Zwiebel, wichtig, wir haben ein schönes Brötchen, wir haben noch ein Ei, das braucht er auf jeden Fall. Das wird nämlich dann alles zusammengemischt mit dem Hack gleich zusammen und ihr braucht den Bacon. Und den Bacon brauchen wir deswegen, weil wir wollen den ummanteln. Wir machen das Ganze im Omnia und im Omnia wird das dann so sein, dass wir das schön auslegen, dass ihr da schön Bacon drin habt und dann kann man das dann zuklappen und fertig ist die Kiste. Das machen wir gleich zusammen. Erstmal fangen wir an, das Hack zu mischen. Wir beginnen erstmal mit der Zwiebel. Wir machen die extrem klein, also haben wir einen Handzerhäcksler und da kann ich dann das Brötchen auch mit rein häckseln. Das ist ganz gut, weil da eh ein bisschen Wasser drin ist und es ist schön aufgeweicht. So, jetzt seht ihr, das ist klein gehäckselt und jetzt könnt ihr das einfach klein bröseln. Das ist schon ein bisschen zart, sag ich mal. Und dann wird das nämlich gleich mit gehäckselt und schon ist das Ganze auch da mit drin. Kann sein, dass ihr noch ein bisschen Wasser braucht, das müsst ihr ausprobieren. Wir versuchen es jetzt erstmal so. Das gibt dann übrigens einen schönen Mousse. Der sieht dann so aus. Und so habt ihr das dann gleich, dass ihr das schön unter das Hack unterheben könnt. Ein bisschen mehr Wasser vielleicht noch. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Notfalls kann man auch dann noch zum Mischen ein etwas bisschen Wasser dazu packen. Erstmal den Hackraten da rein oder das Stück Mett da rein. Hände sind natürlich gewaschen. Ich weiß, für einige ist das eklig. Aber das ist halt so. Das muss ja durchgemischt werden. Und ein bisschen Gewürze. Also ich mache jetzt keinen Pfeffer mehr ran, weil hier ist schon Thüringer Art. Das heißt, das ist schon gepfeffert. Ist das schon. Ich mache jetzt nur noch ein bisschen Salz gleich ran. Und vor allen Dingen kommt gleich noch ein Ei ran. Das Ei noch rein. Und dann... Ja, ein bisschen Schmatterei gehört auch dazu. Und dann machen wir noch ein bisschen Gewürze. Ich finde es ganz gut, wenn das leicht scharf wird. Das heißt, ich mag gern noch ein bisschen Gulaschwürze oder Paprika. Was auch immer man da rein machen will. Und bei mir gehört auch ein bisschen Gyroswürze ran. Und ein bisschen Grillwürze. Machen wir beides zusammen. Ein Schuss Maggi geht bei mir auch immer ran. Kommt nicht viel raus. Deswegen mache ich das jetzt öfter. Wenn ihr natürlich nicht wollt, dass da alles daneben läuft, dann nehmt ihr eine größere Schüssel. Ich habe sie hier leider nicht. Also muss ich mich damit behelfen. Dauert es ein bisschen länger. Kriegen wir aber auch hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt öffne ich natürlich so ein schönes Bacon-Dings hier. Und ich lege das jetzt im Prinzip dort rein. Und den Rest klappe ich dann drüber. Na klar, überlappt sich das so ein bisschen. Das ist klar. Das heißt, ihr werdet das schon dann sehen, dass das jetzt hier schon etwas überlappt. Denn man muss ja auch überall was hinbringen. Also wird sich das alles so ein bisschen hier in der Mitte ballen. Und wenn ihr das abwechselnd haben wollt, weil eine Seite ist hier ein bisschen speckiger, dann dreht ihr die einfach immer schön abwechselnd hin und her. Ihr seht jetzt, das sind immer mal ein paar Lücken drin. Ich bin jetzt einmal rund gegangen. Das ist auch normal. Das ist nicht so schlimm. Und dann könnt ihr im Prinzip das Hackfleisch dort einfügen. Und natürlich wird es dann nach unten runter gedrückt. Nun wird das Ganze schön verteilt, gleichmäßig gemacht. Ja, und keine Angst, das wird noch ein bisschen weniger. Also ihr müsst euch jetzt nicht, ich sag mal, Angst haben. Ich meine, dass es ein bisschen hinter die Silikonform läuft, das ist, denke ich, klar. Das ist normal, das kann passieren. Aber das kennt ihr ja sowieso schon vom Omnia-Kochen. Ja, und dann klappe ich eigentlich nur noch alles hier zusammen. So, wo noch halt was ist. Klar, manche Scheiben waren nicht ganz so lang. Dann hast du halt da nichts mehr über. Vielleicht kann die andere Seite dann noch dafür sorgen. Schauen wir mal. Wie lange das Ganze jetzt braucht, das können wir euch erst leider zum Schluss sagen. Das weiß ich noch nicht. Ich vermute so eine halbe, dreiviertel Stunde bestimmt. Aber anfeuern auf jeden Fall erstmal bei 5 Minuten auf Volldampf und dann dreht er runter. Ihr müsst mal so ein bisschen selber gucken. Wenn ihr jetzt so einen beschichteten habt oder sowas und es ein bisschen knuspriger an der Seite haben wollt, dann könnt ihr natürlich ein bisschen mehr Feuer geben. Das muss man so ein bisschen selber dann ausprobieren. Bei mir wird es wahrscheinlich so halbe Hitze sein. Das muss ich dann nochmal testen. Aber wenn es irgendwann zwischendurch zu viel wird, dann drehe ich es runter. In der Zeit mache ich jetzt Kartoffeln. Die schäle ich jetzt schnell. Und dann kommen die daneben auf den Pott. Eine kurze Soße ist entstanden. Ich habe ihn jetzt aus dem Fond sozusagen, also aus dem Sud des Omniers gemacht. Den habe ich ein bisschen umgekippt mit dem Deckel. Darin und also da drauf sozusagen mit Handschuhen natürlich hier. Also zum Omniers kommen ja solche Topflappen dazu. Das hat ganz gut geklappt. Ich habe ein bisschen Wasser ran gemacht und so weiter und habe nebenbei die Soße dann sozusagen angerührt. Und jetzt geht das weiter mit den Erbsen und Möhren logischerweise. Ich brauche natürlich nochmal einen Löffel. So, dann brauchen wir ein bisschen Butter. Und ja, das kommt dann da rein. Wird ein bisschen angeschwitzt. Das wird jetzt nur erwärmt. Das geht ja relativ flott. Deswegen wollten wir einfaches Gemüse. Also deswegen haben wir das gewählt. Und dann ist der Braten auch fertig. Ich habe den jetzt so immer mal so Volldampf ein bisschen weniger gelassen. Und wie lange ist er drin? Na ja, eine Dreiviertelstunde. Ein bisschen mehr würde ich sagen. 50 Minuten gerade. Ja, im Moment sind es 50 Minuten. Genau. Also im Moment sind es 50 Minuten. Und ich lasse das jetzt natürlich noch so lange, wie lange hier das Erbsen und Möhren hier auch braucht. Also von daher, ich denke, das wird noch so circa 5 Minuten sein. Dann sind es halt so 55 Minuten. Also rechnet mit einer Stunde. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann gucken wir mal, ob uns das Ganze auch mundet. So, jetzt könnte ich eigentlich wirklich explizit gucken, weil ich habe ja ein Bild gemacht. Ja. Ja, jetzt ist es genau eine Stunde her. Ja, auf die Minute. Auf die Minute, wo wir das aufgenommen haben. Genau. Und dann ist es schon auf dem Teller sozusagen. Und wenn ihr die Kamera nicht habt, geht das alles viel schneller, weil darauf achtet man ja nicht. Was man dazu sagen muss, ihr seht das jetzt gerade, das Bild ist eingeblendet. Habt ihr einen beschichteten Omnia? Ja, ist das wirklich knuspriger, das muss man dazu sagen. Aber wie du gerade gesagt hast, da kannst du natürlich nicht drin schneiden. Da musst du dann halt mit dem Löffel rangehen. Aber das würde auch gehen. Ja, ich glaube, wir haben das das letzte Mal, haben wir das mit dem Teller umgedreht. Ach, das war so kompliziert. Und ich habe gedacht, ach, so ein Müll. Das war wirklich blöd, weil das war ja auch alles heiß. Und das musste ich dann alles irgendwie machen, weil sonst hätten wir ja nicht essen können. Das geht mit dem Löffel, das kannst du auch portionieren, ganz ehrlich. So wie es am Schluss, das muss doch nicht perfekt aussehen. Wir sind im Wohnmobil. Ach so, ja, man könnte es mit dem Löffel so kaputt brechen, nur zu sagen, ja, das ist eine gute Idee. Und so machen wir das, weil der wünscht sich ja tatsächlich eine beschichtete, so einen einfachen Omnia. Ja, unsere ganzen Freunde, die haben halt so nach dem Motto, oh, und dann musst du immer beschichteten, musst du mal jenes, musst du mal, naja. Der hat schon seine Vorteile. Ja, aber das ist halt wieder ein Gerät mehr und, naja, wir alle haben... Jetzt aber einmal willst du es doch nicht mehr haben. Gewichtsprobleme. Nee, ich will das schon haben. In dem Video? Nein. Nein, ich will das schon haben. Aber was weiß ich, das ist doch die völlig feite Idee. Aber daher passiert das dann halt. So ist es halt. Egal, soll ja nicht darum gehen. Genau, jetzt müssen wir nämlich auch Schluss aufs Ende. Ja. Wir essen jetzt, haben ein wunderbares Gericht, das könnt ihr wunderbar nachzaubern. Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder, beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Tschüssi, Kowski. Tschüssi. Oder was anderes. Tschüssi, Kowski.